Das war nicht meine Überraschung, die Mitteilung mit dem Reifen habe ich ihm am Donnerstag schon per Telefon privat gesagt. Aber ich habe eine andere kleine Überraschung für ihn deswegen. Hier ist Onkel. Hier ist mein Vater. Hier ist der Drolley. Nein, Obama, seine Bruderin-Law sie hat. Wir haben am gleichen Zeit gekommen. Da ist seine Bruderin-Law in der Brunen. Nati, ich habe gar nichts gesehen. Entschuldigung, sorry. Was hast du geschrieben? Bitte schreib noch mal. Nati, bitte schreib noch mal. Nachricht von dir. Was hast du denn geschrieben? Was hast du geschrieben? Ich kann mich nicht finden, was sie geschrieben hat. Ich kann mich nicht finden, was sie geschrieben hat. Was hat sie geschrieben? Natalia, kannst du mir erzählen, was sie gesagt hat? Ich kann nicht finden, was sie geschrieben hat. Das ist hier. Nati, ja, du fragst nach der. Das habe ich jetzt gesehen. Hallo. 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 Hallo, sister. Die montieren die anderen beiden elektrischen Reifen jetzt da dran. Entschuldigung. Welches Video? Es ist sehr laut, ich bin sehr entschuldig. Ja, Papa ist blockiert jetzt, weil ich brauche solche Aussagen nicht und man muss nicht immer direkt denken. Also, ich weiß nicht, was solche Leute in ihrem Kopf haben, ob die überhaupt irgendwas in ihrem Kopf haben, aber ja, wir sind betächtlich für Onkel und sind nur da zum helfen und nicht um irgendwelche anderen Dinge zu machen, deswegen... Natti, ich sehe immer noch keine Nachricht von dir. Natti, ich sehe immer noch keine Nachricht von dir. Obama, ich weiß nicht, ob sie es werden, aber ich werde da gehen, aber ich kann euch Onkel zeigen, weil ihr wisst, warum. Ich muss die Kamera aufbauen, in einem Moment, und ich zeige euch. Sie? Jetzt. 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 Jetzt ist da ein Mann, ja? Jetzt ist da ein Tegel. Inschallah, Herren, den nicht kaputt gehen. Also ... Ich glaube, die beiden waren nicht oben. Aber das haben wir auch nicht dafür. Ja. 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 Ja, das soll ich nicht mehr sehen. Ja, das ist schon gut. Ja. 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 Es sollte hier sein, weil das ist empty. Das ist empty, Bruder. Das ist empty. Was müssen wir tun? Wir müssen ein bisschen cuten hier, ein bisschen cuten hier. Ja. Das ist. Ich kann es nicht in der Mitte setzen. Setzen die Hälfte. Ich habe gesagt, dass das in der Mitte ist. Nein, weil das ist empty. Hier ist es empty. Nichts ist in der Mitte. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Aber es sollte sich nur zwei Seiten bequen. Das ist eine kleine Größe. Nein, nein. Nein, nein. Ja? Mein Vater, ich liebe das. Das ist ein sehr klein. Ja, das ist ein klein. Ich habe das. Ja, das ist ein klein. Wenn du es so etwas tun, wie das, du siehst. Das ist das. 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 Das sollte nicht drin. Das ist das. 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 Aber, wenn du sie hier, weil es ein Kabel ist, das wird verbrechen. Das ist nichts. Okay? Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Weißt du, was ich jetzt im Moment verstehen will? Wenn das jetzt elektrisch ist, dann heißt für mich jetzt einfach mal so verstehen, dann muss ja dann das hier legen und das muss ja immer stehen bleiben. Genau. Haben Sie richtig verstanden? Okay. Uncle, tell me. Uncle, tell me. I will explain to them because I think they don't understand you and... Das Ding bewegt sich ja hier nicht. Du merkst. Doch der, das heißt, als Lettlich muss das Rad sich bewegen. Genau, und das sollte fest sein. Genau, und das ist ja was meine Gedanke war, wenn wir das hier, weil er meint, wenn wir das hier fest haben, er meint... I will go to my uncle. He's upset. Uncle, explain to me, I will tell them in German. No, 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 I'm not gonna explain. I'm not gonna explain. But they don't understand. So they don't want to understand. Yeah, that's why I think... They're thinking it's just straight away. No, it's not just straight away. Can you make it by yourself? I will tell them to go to the side and you make it by yourself. I will. He's not always angry. Don't. Don't lie. It's his nature, guys. So stop it. Stop the negativity, please. I'm like this too. I get angry very fast too. What's the problem? We are human beings. I already told them to go to the side and let uncle fix it by himself. Because he's very upset. I know what I am doing, brother. Yes, yes. No, the problem is... Have you got gripped? Have you got gripped? We have everything. Just let me explain. What we do. We have here 18 centimeter. Here is 20 centimeter. And that's why we are thinking how to fix it. That's no problem, brother. That's no problem. I don't like that. I don't like that. He's not a problem. He's not a problem. He's not a problem. He's not a problem, but he's not a problem. He's not a problem, because it's not a problem, man. He can see it, because we need a bit of air. But we'll see what happens. Okay. Are you got a ustro? No, no, I'm going to take a minute. Right now. What's happening? Just a second. Ich hab halt gesagt, der wird bestimmt nicht, aber wir haben halt die Himmel. Das ist besser als was mit dem Himmel. Ja, das ist alles nur Gewicht gerade. Ja, ja. Plastik, das ist Plastik. Nein, Plastik nicht. Das ist halt der Fall. Ah, wo ist hier? Hier ist innen drin leer. Wir müssen das Gewinn hier drauf hinlassen. Diese hier muss das tragen. Ich will, dass ich es dir selber machen soll. Ich will ihn mit dem auch selber machen. Doch, dass ich es dir selber machen soll, aber es gibt es einen Schlag zu lassen. Das ist ein Auge. Nein, das ist ein Auge. Ich will ihn mit ihm selbst machen, weil er nicht wissen, was er ist. Sorry for the noise of time, if you wanted to go outside, tell me. I go outside a little bit because I don't know if TikTok is going to ban him when they see machines, so guys, I told them to let Uncle do it by himself because they don't want to listen and I don't want him to get angry, you know, and he knows what he is doing, so this is the street, guys, look, I will show you because it's very weird, the street, when you come from here, okay, you can see, it's a street of companies and here's the garage. Yeah, Obama, what are you doing? Are you playing with your wife, PlayStation? Dein English is trap. Yeah, then go ahead. It's very loud inside, so that's why I got outside. I can't show you the guys either because they are smoking, so. Ich zeig euch mal, das ist Onkel seine Schwester, das ist Onkel seine Schwester, it's his sister. And I have my son with me, but I think he's in the car. He's a little bit shy, yeah, he's sitting in the car. Sorry, guys, that I'm showing you the street, it's boring, I know, but inside it's a little bit loud. But I think he is finished. Ah, he's finished, I can go inside again. Just... I'll say, I understand, I don't know what you want to say, I have to talk in English, I can't just only talk in German. Okay, stay one piece here. I don't know what to say. Okay, let's see, let's see. Is that the way? Okay, we're going to be able to go to you the other. Standort. Oh, that is really weird, but Sigmund Strasse 56. Sigmund Strasse 56. That's the location. Sigmund Strasse 56. No, onkel is fine. Stammtort ist Siegmundstraße 56 in Nürnberg. Ja, ich bin Arabisch. Ich will nicht, dass ich sie nicht beschädigen kann. Der nächste Land ist Austria. Nichts ist falsch mit dem Strollen. Er hat nur die elektrische Türen. Er ist in England, wo wir hinten gestartet haben. Sorry, Leute, manchmal sprechen wir in Deutschland, weil nicht alle von ihnen Englisch verstehen. Ich versuche meine Sprache. Ja, Austria ist nächstes. Wir sind jetzt in Nürnberg. Das ist der Ort. Wir wissen noch nicht, wie viele Tage in Deutschland ist. Wir wissen noch nicht, wie viele Tage in Deutschland ist. Wir wissen, wie viele Leute machen, dass sie ein Jahrzehnt haben. Wir wissen, warum? Wir wissen, warum? Wir sind wohl in den nächsten Jahren. Wir wissen, wie viele Leute machen. Wir sagen, dass er ein Mann ist. Wir wissen, was es ist. Wir wissen, was es gibt. Wir wissen, was es gibt. Und ich will nicht die Leute, die Leute von TikTok machen, die sofort Videos von Onkel machen und spüren Negativität, dass er ein wacher Mann ist und ich weiß nicht, ich will nicht die Leute machen, ich will das Video ein bisschen warten und dann wieder rein gehen, okay? Leute, ich bin ganz kurz rausgegangen, weil das, was Onkel den Leuten darin erklärt, die verstehen das nicht so richtig, die möchten das auf ihre eigene Art und Weise machen und ich möchte nicht, dass die Leute in TikTok sehr schnell ein Video von Onkel machen und immer behaupten, er wäre zu aggressiv und irgendwelche Sachen, deswegen bin ich kurz rausgegangen, seid mir nicht böse. Ich warte nur kurz, bis die fertig sind mit dem Grobsen und dann gehe ich wieder rein. I will show you, then we have a little time. I don't want to show you my plate from the car. Wait a minute. Okay. I will show you my son, he is... Oh, that's my father works. Ah. I will show you my son, but just a few seconds, okay? Thank you. Thank you, Kat. Thank you, Papa Pipko. So, in Germany is very nice weather today. The sky is very blue and we have... Where's the sun? Where is she? There's the sun. So, if you want to know or ask something, then ask, but not personally things about me, about Onkel, I mean. So, his next country is Austria. After Austria, it will be Hungary. After Hungary, it's Serbia. After Serbia, it's Turkey, I think. Yeah, Turkey. So, I'm from Algeria. No, I'm African. So, guys, I have a question. Did the Austrian people find a way where Onkel can walk without having too much mountains? He's over there. He's having a photo shoot. He's having a photo shoot. On the road, he has, um, there always come some people who take the batteries with them for the night and charge the batteries and then they will come back. So, Inshallah, we will have, um, a lot of people like this who help him. No, it's not a card, but you can, for example, just a small tip on the front, yeah, Onkel, yeah, I'm okay, I just went outside because I don't want them to make, yeah, videos about you and saying that you are angry man and I don't like that. They say angry man, yeah, they don't say. Okay. We saw your brother in line, he was on the street, he was going like, my father took me, he's there, so I will turn the camera. I don't know. I can see him in the ears. He is happy, look there, he is smiling. This is nature. Thank you, I have to get you here, so happy that you have to have it. Oh, thank you, thank you. Yeah, yeah, all right. Oh, sorry, he is up. Let me block him, because I am not a angry man. Don't block him. Yeah, I just blocked him, Natalia. Blocked him. Or him, I don't know. Nice shirt. Sister. Bluepoint. Bluepoint. That's Shuruk, sister, whatever you are, I don't know, brother, sister, whatever you are, that's Shuruk. So, that's very, very, very big Shuruk. So, next time if you put that for me, I'm gonna block you. What is that for you? He said they say, the... Rambo. My goodness. The Shuruk, what is for you Shuruk? Yeah. Shuruk is meaning to speak, you are... you are making the fortune for Allah's Hallotah. Also Schirr ist, das bedeutet, wenn ihr euch gleichstellt mit Allah, diese ganzen bösen Augen, beschützenden Ketten und diese blauen Augen, das ist alles nicht echt, das ist nicht für unsere Religion, das nennt man auch wieder, das sind neu erfüllende Sachen und das ist sehr, sehr gefährlich, wenn man sich mit Gott gleichstellt, das Zeichen reinschickt, er meint es auch nicht böse oder so, um Gottes Willen, aber er möchte das einfach nicht und deswegen ist es nicht gut. Ja, ich glaube, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, nie, ich bin dank, ich bin dank, ich bin dank, ich bin dank. Jazakallah, danke. Oh, jetzt ist es anders. Ja, es ist anders, aber ich habe es bereits explant, also wissen wir, was wir sprechen. Sie sind vergessen. Sie ständig mit lauchttenden Böse. Ja, jemand anders hat. Okay, danke. Ha assalamu alaikum, Sie sind aus Montenegro. Wie gehts? Nein, Obama ist leider nicht gekommen. Er hat versucht, aber er kommt nicht. Ich weiß nicht, ob ich da kommen werde oder nicht. Aber ich wünsche euch allen Glück. Ich wünsche euch, dass er glücklich ist. Wir sind in Nürnberg, wir sind in Nürnberg, fast Nürnberg. Ja, für Palästina. Schwabach? Nein, glaube ich nicht. Ich muss leider weg von Onkel, hat er gesagt, weil er wisst warum. So, vielleicht werde ich die Autofahrer fragen. Wie taft Zigaretten da rum? Kannst du mal fragen? Ich kann kein Englisch-Kanzler fragen, was für Zigaretten er raucht. Sie fragt, was für Zigaretten du benutzt? Nein, nein, nein. Bitte, bitte. Malboro-White. Malboro-White? Ja. Gold? Ja, Malboro-Gold. Malboro-Gold, genau. Malboro-Gold. Ich muss kurz, I have to... Onkel told me, because you know what he is doing, so. Malboro-Gold. Mein Vater ist im Auto zu Hause, der sagt, dass ich er trage so viele Leute. Ja, aber Onkel ist auch nicht perfekt, jeder hat seine Fehler und man kann wenigstens versuchen seine Fehler... Can't, no, for sure, it will not be my last time, so I try, because I work in the middle of the week from Monday to Friday and I only have the weekend, so, but I will go, my father I don't want to go, when he arrives in Austria, in Turkey, so... Oh Allah, I'm at waste Yeah, I have to go away from him, because there are some things we can't show on TikTok They always like this, like brothers Yeah, I know, I know, I know, they don't see it, I know Can you say kaka for me, it means how are you here? Kaka for me Nichts passiert, alles good, everything is fine I just can't show you, Onkel Because sometimes TikTok, they don't like when people, for example, drive in a car or when they smoke or, you know, and I don't want him to get banned, you know So I can turn the camera off Thank you I brought him, I brought him, Corona masks They are just... They are not finished yet I don't know how long it will take 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 You go now, right? I don't know how long it will take Oh, okay Kids also, okay Okay I don't know how long it will take Ich gebe mal ganz kurz mein Vater, aber ich muss auch das alles lesen. Ich gebe mal. Aber es heißt, ich habe keinen Schmerz. Wenn ich mich doch nicht mit einer Angst habe, dann weiß ich nicht genau. Ich sage, ich weiß nicht, nein, ich habe Angst. Sie wissen, dass ich als Schmerz habe, dass ich meine Angst habe. So spielt mir diejenige Englisch. Das ist der Lathe des anderen, der Attraktion kann. Ich habe keine Angst. Wir haben eine andere Frage gegeben. Sie sagen,inha Hey! Das muss ich jetzt aber werden lassen. Ich verstehe. Ich vergesse meine Rede. Deswegen wollte ich gar nicht richtig lesen. Was hatte ich was? So schön, Jason. Gewassen! Ja? Ähm... Schauen Sie mal rein. Achso, ein Ei! Guys, I have to talk to Uncle privately. I have to talk with him and his brother-in-law privately. I will close the live, just for 5 minutes. Or I will give it to my... Ja, ich muss mit dir reden. Mit dir und mit Onkel, aber privat nicht vor Telefon, ja. Ich muss nur ganz kurz mit Onkel und seinen Schwester was ganz Wichtiges sprechen, das kann ich leider nicht hier im Live machen. Die sehen dich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es wird mir nicht alles gemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann den Pfosten nicht ein wenig gewinnen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist wieder aufgeklärt. Hallo, Riyad. Ich kann mich still... Sie haben eine Frage. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist warum ich nicht zeigte euch, als ihr das... Ich weiß nicht. Ich denke, ich werde es an meinen Vater geben. Ja, aber... Ja, aber... Weil ich muss... Ja, ich muss ganz kurz im Raum kommen. Deswegen sind wir weiter weg. Aber zeig auf die Kamera nicht zu uns. Okay. Mach da auch nichts rum. Wir gehen dann ganz kurz woanders hin. Und wenn du zum Beispiel hier Fragen siehst, aber nicht jetzt den Boden zeigen, okay? Wenn du hier Fragen siehst, kannst du die beantworten. Zum Beispiel, wenn die Fragen wo seid ihr, dann kannst du sagen, wir sind in Nürnberg, okay? Ähm... Äh, Sal... I gave the phone to my son, ähm... And I told him to... Don't show us, so we have to... No, no, I trust my son here. Because I don't want to give the phone to strangers. Do you guys know why? Das geht, passt jetzt auf. Da! 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 Der. Er tut gerade reden. Leute, ich bin zurück, ich habe mit Uncle gesprochen. Ich zeige ihn, und er will jetzt mit seiner Freundin sprechen, weil es ein bisschen private ist. Wir können nicht alles zeigen. Und Uncle wollte sich jetzt auf der Live zeigen, so ich kann euch meine Haare zeigen, wenn ich will. Guys, look, wenn du nicht findest, die Garage finden kannst du auf der Navigation ... Hörneber ... Wait a minute ... Hörneber ... Ich will ... Look exactly ... Ja ... Es war schnell, weil es viele Leute gibt und ich will nicht sie verstehen, also ... Gewerbepark Sigmundstraße 52 ... So location ist ... Gewerbepark Sigmundstraße 52 ... Ich zeige euch ... Nein, Natti ist nicht hier ... Leute, ich zeige euch die ... Warte, ich zeige euch die ... Warte, ich zeige euch die ... Ich zeige euch die ... Hier ist die Firma und wir sind auf der Opposite Straße. Okay? Das ist die Straße. Leute, wir sind hier. Dieses Hörneber ist eine Firma und wir sind genau gegenüber. Wenn ihr hier seid, habt ihr uns gefunden. Das bedeutet, dass ich ... Ich bezüglich wegen der Germanen ... Sorry ... Kannst du es klar sehen? Oder ist es ... Papa Pipko ... Natti, kannst du die Adresse kurz ... Ähm ... Ähm ... Aufschreiben? Es ist okay, kann ich ... Sigmundstraße 52 ... Die Werbepark heißt das Ganze, okay? So, ich will flip the camera again. I want to sit, because ... I can't ... Go inside. Maybe is my car open? I don't know. I will look. No, it's closed. Okay. I don't know where to sit, guys. Uncle is inside. I can't ... Uh ... Oh ... He don't want to be shown right now. Because of some reason. Thank you. Thank you. Yeah, the location is Sigmundstraße 52 ... 52 ... I'm already mixing German with English. Thank you, Kat. Thank you very much. I'm trying my best. I'm just sitting in the middle of the street, guys. I'm just sitting in the middle of the street, guys. I drive in 30 minutes, she said. Please don't pronounce German. Yeah, but I have to. I have to talk in English and in German, because we have a lot of German people, who don't understand English. So, when they're asking questions in German, I have to answer them in German, so I don't want them to feel, you know, out left, or how's it called, out left. My uncle is with my father. They wanted a little of quality time together, so when they meet each other, they're always like that. They want to sit together and talk together. Yeah, we're walking today, but not so much. I think maybe five kilometers. Today we will walk, but not as much as yesterday. I think maybe five kilometers. Oh my God, I'm still here. I'm just sitting in the middle of the street. So, I don't know if it's right. Good morning. Nürnberg. It's called... It's called Nürnberg. There are a lot of people here at the garage, so I hope the police will not come, because in Germany they have street rules, because of Corona. So, I'm looking. I'm sitting in the middle of the street to look. I need a request, please accept this. What's for a request, what do you mean? Natti? I send a request, please accept this. I have here one guest. Ah, okay. Natti? Natti, do you hear me? Yes, I hear you. I've tried to write the whole time, but somehow it didn't happen. I haven't seen your message. I know, I've tried it a hundred times, but somehow it's not through. I just wanted to ask if you could if you could send your number then we could send it to you. Oh yeah, no problem. Go to my TikTok profile, and then you see my Instagram, and then I'll send it to you. And then I'll send it to you. Ah, all right, then we'll do it so. Okay. Okay. You're slow to come in. Let me go. Okay. So, te Fuad? Okay. Oh, You can see that. Okay, warte vorsichtig, just... Uncle's sister, they are going home. Wo ist mein Kind? Ich habe nicht mein Handy. Papa ist wieder drinnen! Invite Harris. Who is Harris? Jetzt kannst du mir mein Handy geben, bitte. Danke. Bitte? Okay. Nati, hast du mir eine Ader? Danke. Danke. Uncle is inside. Bye-bye. Uncle is inside, he don't want to be seen. Uncle is taking pictures, so he don't want to be shown 24-7 and we have to accept it. Sometimes he needs a little bit of privacy, so... Hello, my... My son is sitting in the car. It's okay, it's okay. It's okay. Here is he. I'll show him to you a little bit. But please change your tone, okay? He is... Wait, I don't know... Can you see him with the... No, no, no. You can't see him. I can't really see him. He doesn't want to be shown. 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 So, Uncle's brother-in-law and his sister, they are leaving. They have a long way, like me, so... I will try to go. Benny, thank you. Hey, assalamu alaikum. Uncle is on the phone right now. It's a little bit private. But he's here. See? He's here, so don't worry. Everything's okay. Ja, ich bin Moslem. Alhamdulillah. Bist du Moslem? Ich kenne ihn jetzt schon mittlerweile bisschen länger. Und... Wir sind einfach... Ich hab jetzt einfach mal... Ich hab ihn kennengelernt, als er in Offenbach war. Bummer. I think he's at home. You know, he's obsessed with his Playstation. So... It's the one wheel fitted. Uncle, he has now all of the three tires. We... And you speak English, I don't understand. Sorry, but I have to talk in English and in German. So excuse me, guys. I'm trying my best, so... This isn't in Nürnberg. Location is in Nürnberg, guys. We have to trust in Allah, you know, guys. So, we have everyone. In every country, there are bad people and good people. And... My father told me... He's protected by the angels and nobody can harm him. Because he's, you know, sacrificed his life on this journey. To go to the holy place. And... Where is Ongel? Ongel is inside of the... He's inside the garage. I won't look off here. Now, I want to be... Show. Ja. Danke, Herr. Where is he? Where is he? Where is he? Where is he? Do you know where he is? Is he still inside? I believe... Ah, Obi. Ok. 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 I think they need something. So. When is his goal to go to the church? No, his goal... Ah... Next year, in June, insha-Allah. So... I hope that he can also go there and 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 go there. Because I think it's also a really nice experience. We're just in Nürnberg. He's not. So... Yeah, cut. Really, I have a... I don't like them because they're talking nonsense and making things up, you know? And I don't know if they have a brain or there's only stones inside their head. He sleeps in his trolley. Also, in this wagon, which he always sends in his trolley. So, Uncle is sleeping in his trolley. So, guys, what I want to tell you, because I... When I'm on the chat, I will tell it in English first and then in German. So, there are a lot of people, they're asking in the middle of the night, where is he? Is he alone? And for me, that's very... Sometimes... Very weird and we have a lot of crazy people in this world. And when they ask, like, you know, they want to know exactly if he's alone. So, he's not alone and he will be... He will be not alone at any time. And you will not see the person who is always with him. He will not show himself on the camera. So, if you want to come in the middle of the night and do something bad to my uncle, so be prepared that somebody will jump out of the corner. So, um... Please don't ever think that he is alone. The first thing, Allah is with him. His angels are with him. Please notice that he will never be alone. He's not telling it to nobody. But I tell you, because I saw a lot of bad people in the comments. They said, when he arrived here and there, I will come and destroy his tires. Problem. But be prepared when somebody jumps out of the corner. Uncle, he's not scared of somebody. He's only scared of Allah. And I saw it with my own eyes. Um... But we... Are sometimes scared and... You know... Serbians are not alone. He has no fear. Yeah. It's already... First thing. It's already enough when Allah is with you. When you trust in him. He will always protect you. So... Who is the name? Uncle... Went to, um... Oh, I don't know the English word. And... Uh... Leute, what is the name? Baumarkt on English. I forgot it. I forgot it. No... 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 date. I forgot about that for ten times. So... Yeah, he got the... 好的 wheel. I... Talked with TNT the last few, three weeks. So... Onkel is im Obi, people. Um... He is in Obi. He is in OB. Onkel is in obi. Onkel is in Obi. Had he got no... Onkel is in joyful. Oh... My god. Location ist Nürnberg, Siegmundstraße 52 Konstruktionmarkt Okay, so Uncle is at Obi, it's a construction market Well, the German chicken brains, yeah, they are everywhere I really, I thought my soul is coming out of my body But when they go, you know, just on a flat street And that's okay, then you can walk like five, six kilometers And then make a break and then again five, six kilometers And make a break But when it goes up, poor Saga, I already blocked him because Okay, endlich ist der, did we look He'll give it a little So, ich zeige euch jetzt einfach mal ein Beispiel, okay I will show you a simple, a simple, wie sagt man, Beispiel Example, look, there's a guy, you see him, he's standing there, okay And he's just like a human being, he's waiting outside He don't ask too much, he brings, I think it's food And he comes from work or he will go to work How long do you think it will take? Should I put the tires on the trolley? Okay, I will go inside Okay, my car has, it's a little bit cold Oh, I'm happy Okay Oh, what is this? Oh my God Host invites you to go live No, no, no I always put the phone Huh? I'm bad I'm bad I don't know, was man gehört, das ist? Was ist deins? Das kann ich ja nicht laden wegen Strom Kann ich laden Okay I have to charge his phone guys, so, I hope it works Geht das? Oh, how bright, how bright is he? Oh, yeah, that's fine I have to charge his phone guys, so, I hope it works If I'm not I don't know if I'm not I don't know if I'm not Uncle is at a construction market He will be back soon I just wanted to charge his phone Ich denke ich... Ist es so, wie das? Ist es funktioniert? Okay. Papa? Ja? Papa, ja? Ja. Ja? Ja. Ah, okay. Er kam, so ich kann die Kamera nehmen. So, ich werde euch zeigen. Er ist zurück. Nur eine Sekunde. Leute. Die Lokation ist Nürnberg. Hier ist es. Oh, da ist es. Oh, da ist es. Nein. Okay. Okay. Was ist das letzte Update für die Tires? Sie haben nur die Tires auf den Trolley. Das ist der Job hier. Ja. Geht ihr jetzt? Nein, wir holen den Passen zurück. Ah ja, okay, alles klar. Oh, da ist hier. Oh, da ist die Anka. Er ist hier. Er ist hier. Ja, hier ist er, hier ist er. Was? Ja, ich frage. Hier! Es ist ein Bild, also werde ich die Kamera wieder flipen. Ja, ich frage. Ali, was machen wir jetzt? Ich muss anrufen, deine Kollegen, die Fragen. Bitte. Nichts ist passiert, alles gut. Da hinten, da hinten mit der Weißen. Ich weiß noch nicht. 139, glaube ich. Ja, 159. Oder 41. Hallo. Ja. Hab ich gleich. Soll ich sitzen bleiben? Wir sind in Agnes. Okay. Super. Danke. Ich bin ja nur der Bruder. Schöner ran. Danke. Nach dem Garten. Ich bin ja auch. ongs. In die Nachricht und in die Nachricht. Der Kass. Der Kass ist alles gut. Ich bin. Welcher kleine Junge? Engelwurmt. So, das werde ich ihm wissen. Wer ist das? Das ist doch egal. Ja, genau. Da ist doch sein Wagen. Man sieht ihn doch. Da steht er. Er schläft da drinnen. In diesem Wagen. Da drinnen. Da ist eine Türe. Vielleicht siehst du die. Du siehst doch die rote Tüte. Okay, dann gehst du ein bisschen runter nach links. Und da ist eine Türe. Die macht er auf und dann kann er da rein. Wir sind in Nürnberg. Die Location ist in Nürnberg, Guys. Sigmundstraße 52. Da ist nichts los. Alles ist gut. Unkel werden nur die elektrischen Reifen ran montiert. Was machen die da? Was ist passiert? Da ist nichts passiert, Leute. Nur die Reifen werden dran gemacht. Die elektrischen. Nothing happened, Guys. They're just putting the electric tiles. Und dann gehen wir die Kürze. Und dann gehen wir die Kürze. Gibt es den Kürze? Ja? Jetzt gehen wir die Kürze. Die Kürze ist das. So, um. Leute, Leute, Onkel, um. 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 live for the moment. The location is Nürnberg-Sigmundstraße 52 and if somebody needs some information so you can send me a message or see us later guys. So take care of yourself and have a nice